Das Beste? Ich seh da einfach Körbis, Hexe... Oh, ne Truhe! Nein, ich will erst mal die Truhe öffnen. Skullis? Wir haben hier sogar ne Truhe. Mit Frade. Bei mir steht neben der Hexe, da steht ja Truhe. Bei mir irgendwie. Achso. Ja, der hätte keinen Truhen kaufen. Sieh aufwärm, wie ist der Ding? Ninja tölt jetzt hier. Yeah. Was denn hier? Wow, okay, das ist schon krass. Wow. Jo. Wie man Kontrolle erst mal auf dem Tisch so vibriert. Die Schirte sind... Oh ja, 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 ja. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Oh, dahin. Customize your champion. Let's go. hey simon was machen wir alle fertig alle werden jetzt sterben bei dem tank den ich spiele ist eigentlich auch nicht so übel ich kann einfach richtig offensiv reingeht der eine brot ist noch zehn jahre bis er sich mit ausgesucht hat Okay, gut. Der hat sich nicht mal aufgelöpelt. Der mit der Pistole. Der mit der Pistole. Der mit der Pistole. Der eine spielt den Pip. Der eine spielt den hier, diesen Drachenfichtkran, was er auch so rollt. Und der ist ungefahren, damit er das nicht aufgelöpft. Der eine spielt einfach gar nichts, da ist einfach nur ein Diamant zu sehen. Okay, bei mir. Und das hier und er ist. Wann mal, eins war dieser stark und geile Angriff in diesem Laufen, ne? Der eins war, keine Ahnung. Das war jetzt ein Stipe, aber schneller als den Schuss bereit machen. Was ist denn der Schuss? Ja, 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 ja. Was ist denn der Schuss? Ja, 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 ja. Die YouTube-Videos, die ich auch von Palazins mal gemacht habe, ne? Die wollen einfach so schräg. Pass auf, pergleich ich mal. Wer hat auf mich Kanaten gebrochen? Boah, 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 boah. Okay, das war jetzt nicht der Beste. Äh? Bist du auch fair, man? Ja, ich hab nicht vor den Dienst entwickler. Ich glaub, du wärst immer irgendwann mal so eingeladen, von Paladins mal in einer Arena mitzumachen. Ne, noch mal. Ich hab halt noch mal gelb, der Lava zu werden. Ja, ich hab den Lava-Burm. Ich hab den Lava-Burm gefehlt, ne? Ich hab den Lava-Burm gefehlt, ne? Ich bin gut. Nach ein paar Schüssen, ich bin gut. Ich find's aber witzig, wie der Heiler, Magier, schlagt da einfach, wo ein Pferd rein ist. Der fliegt da ein Frisch über das Außenl. Lava, musst du auf mir? Okay. Ah! Der hat mein Pferd erschossen. Kleingabitzer. Du erschießt mein Pferd! Du erschießt mein Pferd! Boah, ich hab einen... Ich hab den gekillt. Ich hab den gekillt, indem ich einfach nur den... Ich hab mich grad selbst mit einem Granat aufgerufen. Ich muss ab dem laufen. Ich heil mich automatisch, wenn ich laufe. Okay, der ist kein guter Gegner. Das ist ein, der Tank. Das ist eine Rote. Sie ist ja aber aufger. Ja gut, das flacken wir ja schon. Rechts, rechts, rechts. Der tot! Oh, nein! Nein! Ich mag diesen Lauf langsam. Also mit dem Charakter zu spielen ist echt angenehm gerade. Wieso halte ich nicht der Magier, wenn ich mich... Ah, die Scherze wieder. Ich hasse den. Der kann den Charakter nicht gut spielen. Ich weiß, trotzdem mag ich diesen Vieh nicht. Oh, hab ihn. Oh, vor, hinter uns, Digga. Was macht der da? Scheiße. Happy? Gut, gut. Tschüss, Mann. Ach, jetzt vielleicht Voltz. Aufheilung, Aufheilung, das ist wichtiger gerade im Moment glaube ich. Oder? Der Magier hat mich auch noch mal gehalten. Pass auf. Aufheilung, die Schaal. Du hast einen Geist, ich bin kein Geist. Ich will nicht die Scherze ein zu essen. Habe ihn an, ins sind ihr rum. Hab ihn? Ich will ein sehr gut so bleiben. Es ist ein Spezial-Tuget. Ich will nicht. Ja, mit dem Geist kann man, wem, wirklich gut ... Einfach mitten durchgehen. Als wäre das da nicht. ich mag den Skinkrad das oh guck mal die Erdbeeren hier Jason ist Hesbier oh geil die hängen sogar hier an dem Treffer hier ganz unten hier wenn du hier aus dem Gerüst hier holst es ist gefühlt hier überall bei mir ist deine Skinkrad festgehalten das ist witzig hallo bin ich rausgeflogen ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen ich bin rausgeflogen was sagt das dieser Moment dieser Moment weil mich Paladins nicht mag oh Mann ich glaube das war für dem Spiel ein bisschen vieles Spiel ein bisschen es ist es ist